So, hier lang, hier lang. Oder doch nicht, oder? Wird schon gehen, ich glaube, das... Ist das Open World? Das wirkt ziemlich linear bisher. Hm. Wir haben hier wieder zwei Möglichkeiten. Haben wir? Hm. Ah ja. Ähm, Reparaturbucht, oder... Hier, das sieht man halt hier aus. So ein Aufzug hat mir noch nicht. Haben wir ganz viel Platz. Ja. Warten, kein Aufzug. Platz für Aktivitäten. Ah, okay. Isaac, da bist du ja. Wo sind die anderen? Ich auch, ich auch. Such nach einem Weg raus aus diesem Frack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungsfattel gefunden. Ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Robert, wir werden nicht heimkehren. Hey, hey. Wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Skip. Skip. Buch. Benutzen Sie den Ortungs-Sensor? Was ist das für eine Taste? Ich frage mich auch gerade. Ist das... Nee. Tap ist es nicht. Tap ist das Inventar. Hm. Ähm. Schauen wir noch so aus. Shift, Caps? Nö. Wir hatten irgendwas. Also über B haben wir unsere normale Ortungsanzeige. Ja, das könnte B gewesen sein. Das war aber noch ein komisches B. Ah, hier Anzugstation und so weiter. Ziele. Man kann durchscrollen. Cool. Schön. So. Brauchen wir die Bank gerade? Ich glaube nicht, oder? Haben wir irgendwas gefunden? Kurz mal reinschauen. Nö, nix. Kann ich mir irgendwas ein- oder soll ich irgendwas einlagern? Nö. Bin wieder mit Minimalkonsens unterwegs. Gut, dann. Was machst du denn noch? Wir haben ein bisschen Wollfahrung gefunden. Ja, ich glaube noch nicht genug für eine Torque-Stange. Oder? Trotzdem mal kurz durchschauen. Joa, gut. Ich habe aber auch nichts wirklich so dringend, dass wir da irgendwie was basteln müssten für. Ja, aber okay. Aber gut, wenn. Aber okay, nee. Eiserne Lady hier. Mh. So, weiter. Ist mir noch irgendwas? Ich habe nichts gesehen. Kann gut sein, dass oben wieder Sachen neu gesponzen sind. Moment. Geh du mal auf die andere Seite hoch. Natürlich gibt's hier was. Mein Güte. Plus eins Nachladen-Chip. Ah ja. Es kommt davon, wenn du nicht rumguckst. Ja, tut mir sorry. Das ist eine Glidebox gewesen. Stase-Packs sind hier oben. Und... Und noch was. Medi-Pack. Und Alt-Metal. Nein, man kann sich nicht seitlich an den Treppen festhalten. Man muss jetzt zivilisiert runterklettern. Äh. Was hast du noch gefunden? Also oben nix. Oben nix, okay. Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, oder? Ja, ich muss halt noch auf deiner Seite. Ja, da war aber jetzt nicht soo wirklich viel wertvolles. Ja, da war aber was. Entschuldigung, ja. Oh, da war ich... Ja. Auf geht's. Ja. Oh, hallo. Können wir die gleichzeitig benutzen? Ne, kann man nicht. Special Forces Anzug, ja. Okay. Ah ja, das sind unsere beiden, glaube ich. Neun IW hast du. Ich möchte anzuwechseln. Ja, einfach mal anzusehen, wie es aussieht. Ja, genau, das ist nämlich der, den ich vorher anhatte. Also in der letzten Aufnahme. Stimmt. So, Rick Upgrades. Ah, guck mal da. Ähm, mal schauen. Stase, Chinese und Rick allgemein. Ich gehe aber all wieder in die Backbone. Ich habe ja Platine gekriegt. Naja. Mehr HP. Jo, oder doch mehr Panzerung. Es ist schwierig, es ist schwierig. Ja, mehr HP. Ach so. Pling. Pling. So, Stase. Brauchen wir das überhaupt? Geht auch nachladen? Nö. So, verwenden wir Spar... Äh, Sparse, genau. Wir verwenden die Stase recht sparsam. Oh, Chinese Schaden. Das ist gut. Reichweite, ja, kann auch nicht schaden. Ist ja nur Itemzahl, das wir dafür brauchen. Das ist ganz gut. Hemmerle haben auch mehr als genug. Ja. Ja, ist gut, hoffentlich abzuballern. Ich gehe ja schon aus. Gut. Güte. So. Zieh dir auch mal ein neues Outfit an. Yes. Anzug wechseln. Oh. Also ich kann auswählen zwischen Eva-Anzug. Eva-Anzug. Und dem Eva-Anzug. Okay, sind das vielleicht... ...drei verschiedene? Oder ist das nur der eine? Nee, das ist nur der eine. Okay. Gesundheit? Stase? Schaden. Schaden. Du stehst übrigens ziemlich sexy. Pff. Und dein Arsch leuchtet. Aber das nur so am Rande. Yay. Da scheint die Sonne förmig daraus. Ist gut, ich höre auf. Pff. Pff. Na, erstmal Gesundheit. 25 Punkte. Ja. Die Nachbar-Drabe ist wirklich Mist von der Waffe. Aber gut. Lassen wir das. Aber wie sagst du, nur den EVA. Wundert mich jetzt irgendwie. Und einen Wetter-Bick. Den EVA. Dein Eva-Anzug. Ja. Das ist den Schick zum Adams-Kostüm. Ich bin kein Chinese. Ich bin kein Chinese. Wolfram. Ich meine, so groß ist der Druck doch nicht, dass man wirklich Wolfram verbraucht. Eigentlich noch ein normaler Stahl, also deutscher Altmetall. Äh. Die ist gelb. Ich habe keine Ahnung. Oh, das reicht. Ich bin kein Disney. Ja. Ja. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? So, das sieht irgendwie recht Steampunk-mäßig aus, so. Warte mal, da ist Geschichte. Was? Hm, ich hör nix. Hm. Äh, gut, dann kommen wir wann das genau. Die Terranova erreichen und so weiter. Ah, Sucher-Bots. Äh, nein, so, rausz-Tabben. Hm. Hast du deine Audio-Einstellungen, richtig? Erstens das und zweitens hab ich Untertitel, also seh ich zumindest, wenn irgendwas gesagt wird. Achso, okay, dann passt. So, verriegelt, natürlich. Gleich mal treten. Verrechter ist. Dreh dich. Ja genau, und dann schnellt die Tür so auf. Hmhm. Dann mach du das halt. Hm. Yay, fliegen! Akku. Äh, alt. Ist immer so eine ungemäßige Taste zum Draumen kommen. Wie kann ich die benutzen eigentlich, die Sauerstoff-Tanks? Äh, da fliegen eh. Geht nix. Jetzt hör ich auch was. Wohin eigentlich? Können Sie das auch? Meine Rick empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Da hinten. Ich kann, sehe ich mir das an, Centos. Eidrich Ende. Dank Ziel, Anzugsstation, Dank Ziel. Ja, ist jetzt die Frage, ist das jetzt das Hauptziel, was wir, wo wir hinkommen, oder ist es das Sekundärziel? Ah, mit E. Keine Ahnung. Kann man vielleicht was nutzen. Warum springt der in die Luft, wenn ich B drücke? Naja. Egal. Geöffnet. Moment, nein, es ist das Shuttle. Ah. Das heißt, wir sollten vielleicht doch eher die Sekundärmission erst machen, oder? Ich bin schon drin. Du kannst doch wieder aussteigen. Hm. Ah, beziehungsweise nicht. Ich glaube, wir kommen halt... Ja, gut. Ich glaube, wir kommen über das Shuttle zum Greeley. Oh, leer. Hey, halt. Ja, dann lass uns doch mal reingehen einfach. Dann gehen wir mal rein. Aber ich gehe... Ich will nach vorne. Nö. Hey. Ah, jetzt sehe ich nichts. Ich will mich ja wenigstens nach Rückfahrt voran sitzen. Also Greeley, oder? So Greeley, ja. Oh, ist das schön. So ein Arsch, ey. Kannst du echt gar nichts sehen. Ich sehe schon ein bisschen was, aber der Großteil ist natürlich der Hinterkopf. Aus dem Baum haben wir vier Spiegel, oder was das ist. Keine Ahnung. Oh, grilly, grilly. Woop. Na komm, hüpp. Was ist das so rum? Äh, 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 bläh, bläh. Da müssen wir die Quests vielleicht nochmal irgendwie aktivieren. Keine Ahnung. Ich habe hier bloß Boxen gefunden. Achso. Da hinten ist irgendwas. Ja, no, two. Moment. Äh, Punkt und Komma. Was machst du? Wo bist du? Äh, ich versuche gerade hier die optionalen Missionen als Hauptmission zu legen. Hm. Ah, ich kann mir dann erst weiterfliegen. Okay. Mal wieder E noch Ender funktionieren. Bei was? Äh, nicht so rauszappen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt versucht, dass wir hier die Grilly als Ziel gelegt bekommen, weil ich nämlich mir nicht sicher bin, ob wir so ein weiteres rausfinden können, wie es hier aufgeht. Mobs! Oxygen? Da fliegt was raus, ne? Äh, stirb. Ich höre rumpfes Wummern. Wo bist du? Da unten. Hm, Oxygen auffüllen. Ja, wie, das geht nicht. Hast du draufgeschossen, oder was? Ne. Mann. Ja, da muss ich jetzt schleunigst rein. Ich habe noch knapp zwei Minuten. Ich höre jetzt nicht mehr. Ach, und da kann man auch gar nicht rein. Nein. Das sind ja bloß riesenfette Löcher. Ach, ja. Oh, aber da sind Goody's drin. Goody's. Goody's. Ich brauche einen Sorgstoff dann. Hier sollte eigentlich immer noch einer rumschweben. Ja, da ist einer. Ist hier noch was drin? Nope. Das geht nicht. Ich drücke E, F, Nö. Hm. Hallo, schöne Schautzahl. Ah, man muss das erst mit Chinesi festhalten. Warum sagt mir das keiner? Das ist ja... So. Und los jetzt? Äh, ich... Ich bringe auch gerade auf Versuch nach... Sauerstoff. Ich finde hier überall nur Muni. So ein Sauerstoff-Tank? Nein, das ist ein Schrottteil. Hier ist viel zu viel Schrott in der... Naja, Luft ist es ja nicht. Im Raum. Hier liegen doch überall Einwächerung. Ja, jetzt wo ich einen brauche, finde ich keinen. Ist du Sauerstoff? Du bist Sauerstoff. Dankeschön. Ja, genau. Jetzt bin ich irgendwo reingeflogen und komme nicht mehr raus. Doch. Ja, eben. Frage ist weiterhin, wie kommen wir in die Greeley rein? Ja, das gucke ich irgendwann. Und wer ist Papasiera? Nö? Ne, davon war doch in der... Butcheraft die Rede. So. Papasiera, bitte komm, Papasiera. Oder so ähnlich. Hm... Eingang? Irgendwo? Möglicherweise. Tja, es ist ungünstig. Sehr ungünstig. Hier ist irgendwas. Das sind schon wieder Gegner. Oh Mann ey, ohne Witz. Wir finden das nicht. Ich hab's gefunden. Mich verarschen. Genau vor unserer Nase. Okay. Weißt du, was wo da? Ne, da sind nur Gegner. Ja, was war hier? Äh... Da. Oh, okay. Fehlt's offensichtlich. Ja. Ey, halt. Muschdampf. Und Staub. Yay. Bock, dunkel. Hey, Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser schiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac, Ende. Habe ich eigentlich gedacht, die ich jetzt alleine aufnehme? Stimmt, das haben wir gar nicht erreicht. Komplakter Standardrahmen, ja. Yay. Und ein Motorrad, Raumfahrerhelm und so. Achso, ja, Markus hat einfach keinen Bock mehr. Yes. Ich kann überhaupt mehr fünf Stunden auf ein Video hochzuladen. Das ist... Das hochladen war ja jetzt nicht wirklich die Debatte, ne? Das ging es ums auch in dem Allgemeinen. Für mich schon. Wieso? Die hatten abgeschrieben. Für mich das stresst und das können wir irgendwann anders diskutieren. Gut. Oh, der schreit hier. Die explodieren, ja. Hinter dir. Hilfe! Jo. Ui. Ähm. Räs. Ja, siehst du nicht, dass hier Gegner sind? Nee. Ich sehe nur dich, der du gegen die Luft fechtest. Okay. Gut. Tja, halt von vorne. Hey, Centos, ich bin jetzt in der Greeley. Ja. Hatten Sie schon Glück mit dieser schiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden Sie auch eine Möglichkeit, die zu entschlüsseln. So, das ist jetzt gerade. Verstanden. Isaac, Ende. Warte, haben wir jetzt zwei kompakte Standardrahmen? Nee, nur einen. Okay. Das wäre jetzt eh bestür worden. Dann hätten wir da... ...zwei von bekommen. Aber merken, nach dem Sterben muss man die ganzen Sachen wieder neu aufsammeln. Ja. Ja. Oh. Die Explosionsnäge kann man abschießen und dann selber verwenden. Huch, schwenken. Ah, toll. Ja, komm, beweg dich nicht so langsam. Ja, du bist nass und brauchst es anscheinend. Danke. Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. Manni, Manni, Manni. Und Altmetall und alles mögliche. Und was bist du überhaupt? Ach, ein Zugangskarten-Ding. Okay. Der ist nach Knappel Bench. Und hier ist... Huh, was bist du, ein Schickes? Ach, eine Munition. Okay. Und ein in Luft schwebendes Lämpchen. Okay. Soll mir recht sein. Okay.